Also hier müssen irgendwo Wildschweine sein. Und zwar von hier aus. Da kommt ein Hose. Den schnapp ich mir. Was ist du verbogen? Rufe 2, ah ok, gut. Genau, hier müssen die Wildschweine sein. Hier in diesem Flutz, hier müsste es Wildschweine haben. Ich sehe aber keine Wildschweine. Ah, Melo. Hallo. Sie sind ja meistens da in den Gebüschen drin. Man muss die glaube ich aufschrecken oder so. Aber ich glaube das ist hier nicht der Fall. Ich weiß nicht ob ich mal zum Fluss... Oh, es ist 12 Uhr. Scheiße, scheiße, scheiße. Hier hin. Hallo? Schnell. Ich komme ja schon, wahrscheinlich habe ich eh verloren weil er ihn... Schmierling. Schmierling. Und Schmierling nehmen wir auf. Was war das? Ich weiß wahrscheinlich selber. Noch mal ein Schmierling. Noch mal ein Schmierling. Die sind glaube ich ziemlich lecker. Aufgabe abgeschlossen. Jetzt springt mir sicher so ein blödes Wildschwein entgegen. Da bin ich ja schon fast drauf. Autsch. Autsch. Warte auf Herr Hans. Okay. Wie sieht's mit... Oh, der Ethik war doch... Ah, lecker. Ah, da kommt er schon. Und was hast du erledigt? Dann... Ich glaube nicht. Jetzt schauen wir wieder... Oh, ich bin wieder frisst. Ey, guck mal. Ohne. Wie war die Jagd, Herr? Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm. Lass uns richtiges Wild jagen. Hä? Wie viel habe ich denn jetzt? Boah, 88 Gold. Ich bin reich. Heinrich, aufsatteln. Lass uns jagen gehen. Ja? Ach. Ja? Gidbar. Ein mentally, wie Otto. ich komme nicht hinterher jetzt komme ich hinterher wenn ich so schnell meine stopp wo will er denn jetzt hin ich glaube er sucht die Rehe und Scheiße! Nein! Nein! Ah! Oh Scheiße! Jawohl! Komm, man fliegt das um, du hast schon zwei Pfeile drin. Nein! Wendeln auch im Popo! Hä? Jawohl! Drei Pfeile! Huh! Hm, Wildbrett von Hirsch! Was?! Ist er gestohlt? Check ich jetzt nicht. Was ist... Hä? Wow! Oh! Aber hä? Okay, also das ist eine Sule. Das ist mal gut zu wissen. Bis später. Hä? Wie ist es jetzt? Oh! 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 Willst du ihn mit einem Pfeiler legen? Ja, gewiss. Wenn auch nicht. So wirst du ihn niemals töten. Heldschweine jagt man mit Speeren. Ach, ist das so? Bist du jetzt ganz plötzlich zum Leisterjäger geworden? Ja. So. Ich hab' ge싸gerко gemacht. So. So. War's? Hä? Verdammt bin ich gut. Die Schnauze! Tja, wenn ihr mir das nächste Mal erzählen willst, ich könnte kein Keiler mit einem Pfeiler... ... Du scheiße! Ihm nach! Passt! Aus, bärt Heinrich! Dieser Schweine kommt uns nicht! Ja, und ich kann... Hab ich denn ein Pfeff vielleicht? Äh, tschau mal. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das... Jetzt will ich das Zeug ehrlich fallen lassen, das kackt mich so an. Zwei Jahre alt, das kackt mich so an. Amen. Ich will Pockhäsel 2, Mann. Amen. 100 Stück? Ich glaube schon, ich bin nicht so schwer. Eieiei. Ja, ich kann wieder rennen. 100 Stücke Bildbrennen, glaube ich. Was? Warte, da muss ich jetzt nochmal... Ach, Mann. Es ist aber auch mühsam mit diesem Ding da, also mit diesem Gewicht. Ja, okay. Ciao. Ich muss kurz auf die Karte schauen. Wo ist denn dieses... Mieser Wildschwein. Ich hätte jetzt ein Pferd brauchen können. Ja, da ist ein Hase, super. Hans. Helft mal. Mir fällt dir das ja. Oh, so viele Hausen. Da, 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 da. Da habe ich was gesehen. Oh. Ich glaube, ich verschwind von hier. Ciao. Da wollte ich jetzt nicht reinlaufen. Wo ist denn dieses Mieser Wildschwein? Wo ist denn dieses Mieser Wildschwein? Ich kann ja auch immer irgendwie weiter machen. Ich habe keine Chance, das noch zu finden. Ich bin wo war ich denn noch nicht hier oben war ich schon oder hier in den gebüschen Hase? Teich? Keine Hansen? Ach mein Hase war da hinten boah man ja ok klappe ich hier entlang also nein 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 wir sind ja von hier hier und dann da links das heißt wir müssen jetzt hier so langer da ist der Dorfbewohner habe ich vorhin schon irgendwo gesehen da sieht er den Hasen das kann doch nicht so schwer sein ein Pferd, ein Mensch und zwei Hunde zu finden oder? ja ach du Schande Scheiße, was ist jetzt los? fuck langstrecken ja 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 volltreffer ah der hat aufgegeben da ist der blühende ich? ist mir scheißegal Äh... Bezahl mich, verstanden? Münzen, Groschen. Jo, war das was, was du sagst. Wie du das ist, ich sag... Was? Eine Hunde an der Kerne! So, und jetzt? Genau. Weißt du wieso? Weil ihr Schweine uns mein Dorf angemacht habt. Deswegen. Kleiner, mieser Feigling. Boah. Ich blindere kurz. Ich probiere es hier mal. Oh Gott. Ich probiere es mit der Maus. Nein. Ich war wieder zu schnell, glaube ich. Zu gierig. Ich lasse eine Bronzebüste von dir fertigen, mein Freund. Aber wo warst du so lange? Ach, du weißt schon. Bären sammeln, Wein trinken, mal Nickerchen machen. Du verrückter. Sie hätten mich fast am Spieß geröstet. Ich finde, es sah eher so aus, als würden sie dir die Jungfräulichkeit rauben. Na hör mal, Mistbauer. Spricht man so etwa mit einem Edelmann? Äh. Ich habe vorhin auch Späße gemacht, da kann ich jetzt auch spüren. Mein Edelmann mit gequetschten Eiern, Freund. Jetzt spielst du mit dem Feuer. Ich könnte dich dafür an den Pranger stellen. Und dir mit meinen eigenen Händen die Eier quetschen. Diese Verletzung sieht nicht gut aus, Herr. Wohl wahr. Diese Kumanschweine haben mich ganz schön aufgemischt. Und mein blödes Pferd ging durch. Du musst mich nach Hause bringen. Je früher wir von hier verschwinden, desto besser. Wer weiß, wie viele Schurken hier noch umherstreifen. Dann lass uns aufbrechen. Das war Aufregung genug. Das war wirklich Aufregung genug. Ei, ei, ei. Aber habt ihr das gesehen, was für ein schöner Headshot das war? Es ist Lord Kayfoy. Geht hier, alle! Oh. Du, hilf ihm! Die Böden kennt plötzlich Englisch. Die Böden kennt plötzlich Englisch. Neuer Kumpel. Yeah, wir haben einen Kumpel. Na gut, das schweißt zusammen. Wie ist das möglich, Ratzig? Diese Bastarde sind kaum eine Meile von der Burg entfernt und doch so dreist. Wir müssen dringend mehr Wachen entsenden. Das würde nichts nützen, Hanisch. Selbst wenn wir zehnmal so viele Männer hätten, könnten wir nicht jeden Stein in Weißweinung bringen. Du hast nach mir verlangt, Herr... Litt an! Wie kann ich dir das bloß danken, Heinrich? Ohne dich wäre Hans jetzt nicht mehr am Leben. Dabei hatte ich dich doch eigentlich zur Strafe mitgeschickt. Ich tat bloß meine Pflicht, Herr. Ach bitte, sei nicht zu bescheiden. Du hast nicht nur Mut, sondern auch Treue gegenüber deinem Lehnsherrn bewiesen. Dafür nehme ich dich in mein persönliches Gefolge auf. Herr, ich... Hab Dank, Herr. Na dann stoßen wir auf deine Beförderung und Hans' schnelle Genesung an. Steh nicht doof rum, Junge, schenk uns ein! Vergib mir die Störung, Herr. Aber ich bringe dringende Kunde. Was ist los? Ich kenne die Stimme. Die Banditen hätten heute Morgen das Gestüt überfallen. Es gab viele Tote und Verwundeten. Kurva! Erzähl genau, was passierte. Ich bin nicht ganz sicher. Der Junge war so verstört, dass er kaum reden konnte. Er sagte, die Banditen hätten aus purer Lust getötet. Es tut mir leid, Herr. Dein Basalz-Mill ist tot. Wer hat das getan? Wer war das? Wir wissen es nicht, Herr. Der Junge stammelte die ganze Zeit etwas von einem riesigen Kerl in schwarzer Rüstung, der den Angriff anbringt. Nimm so viele Männer, wie du brauchst. Reite nach Neuhof und finde diese verdammten Bastarde. Und bring mir ihre Köpfe. Ja. Meine Männer stehen dir ebenfalls zu diensten. Danke, mein Freund. Herr, lass mich mitreiten. Er platzt förmlich vor Kraft und Elan. Der Anführer. Das muss derselbe Klotz sein, der mich in Skarlitz angriff. Es kann keine zwei Männer im Königreich geben, die so aussehen. Denkst du, er könnte mein Schwert noch haben? Gewiss könnte noch ein Schwertkämpfer nicht schaden, oder, Hauptmann? Ja, wie du befiehlst, mein Herr. Wie schnell kannst du aufbrechen? Sobald die Männer bereit sind. Gut. Warte auf dem Vorplatz auf Heinrich. Und gib ihm ein Pferd. Ein Pferd? Seine Belohnung für Hernans Rettung. Er wird's brauchen. Vielen Dank, Herr. Vielen Dank. Geht schon. Ich will diese dreckigen Hunde so bald wie möglich in den Händen des Henkers sehen. Ich werde dich nicht enttäuschen, Herr. Ich kenne die zwei Stimmen. Also, die vom Hauptmann klingt so wie die deutsche Synchronstimme von Liam Neeson. Und die vom, äh, äh, Ratzig, glaube ich. Die klingt wie die deutsche Synchronstimme von Littlefinger, äh, also von Kleinfinger. Littlefinger, Kleinfinger. Ja, ich habe ja die Waffe weggelegt, Mann. Äh, ich würde eigentlich gerne... Oh, Mann, muss ich jetzt losreiten, oder was? Nee, oder? Ich kann ja schon schnell verkaufen gehen und so. Es hat halt 120 Euro, okay. Äh, wie die Stimme von Kleinfinger von Game of Thrones, also die deutsche Synchronstimme. Schon lustig, irgendwie. So, reden. Ich muss da unbedingt verkaufen. Sonst kommt das nicht gut. Tag. Waffen, Axt, Vendiden, Bötsches, Axt. Habe ich zwei. Was macht denn mehr Schaden? Okay, dann verkaufe ich die hier. Ah, nee, ah, das war eine. Kumanischer Bogen, U62. Was macht denn meine? Oh, das ist ein Bogen. Sack, ein Ritter, Jagdschwert und die Scherbe. Die verkaufe ich. Ja, die verkaufe ich. Wundpfeil, 25. Ich glaube, 25 brauche ich nicht. Kaufe ich 12. Rüstung. Bürgerliche Schlappen. Also, hat er hier Kettenhaube oder die hier? Die hier verkaufe ich. Verkaufe ich, verkaufe ich. Verkaufe ich auch. Kurzes Galizia Wappenrock. Ich glaube, dass ich neue Schuhe nehme, weil sie gerade bald kaputt gehen. Ja. Dann pfeilen wir schnell, weil das ziemlich viel ist. Da will ich schon noch was rausholen. Reden wir über den Preis. Warum nicht? Warum nicht? Also, erhalte. Oh, 145. Machen wir mal 160. Was sagst du dazu? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Weil du es bist. Wir kommen der Sache näher. Noch etwas weniger. Mit der Summe kann ich leben. Wenn Siegismund attacken, sie können nicht wundern. Wir müssen uns vorbereiten für das Schlimmste. Du hast courage. Du brauchst Training. Arms. A Hose. Bitte, ich bin in deinem Service. Und gib mir die Chance zu lernen, diese Dinge zu lernen. Ich habe endlich das Gefühl, dass wir etwas wertvolles machen. Wir helfen uns zu retten. Insofern zu retten, seine Brüche zu retten, ich würde lieber finden den Horson, der hat meine Eltern verletzt. Geh die Sorge zurück von ihm. Und schreie ihn mit ihm. Geh die Sorge zurück. Die Sorge kam für diese Horsons, zu spielen für was sie für uns gemacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020